So, da wäre ich dann auch schon wieder. Machen wir mal hier eine kleine Pause. Schildchen auf Seite. Ich würde sagen, wir machen weiter. Und ja, ja. Erst mal gucken, dass ich hier das Dach zugrieche und alles. Aber es ist so cool, dass das auch so snappt. Ich feiere das so hart, ne? Gerade. Das macht es den Bauern, den Bauleuten eher gesagt, tausendmal einfacher. Jetzt würde ich mich aber... Ich rate nicht, ich kriege jetzt Damage, ne? Ja, ich kriege Damage, weil es so kalt ist. Ich würde gerne, wenn es hell ist, gerne mal gucken. Und wenn ich halt ausgerüstet bin, entsprechend, mal sehen, wie tief das runtergeht oder ob es irgendwas unterirrt. Das wäre so cool dort. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Schaden, Nachkampfschaden. Weiter Gewicht? Weiter Gewicht. So, warte mal. Wann haben wir denn jetzt Holzknüppel? Ja, schade nicht, ne? Ein kleines Beet. Auch nicht verkehrt. Wood Spikes. Struktur. Ja. Gut, was brauchen wir dann? Holz, Fasern. Ach, äh, Setsch und Fiber. Ich habe es immer noch mit dem englischen Bereich. Fasern. Aber vor allem ein bisschen. Also. Das ist echt so cool, ne? Ich feiere die Grafik. Aber sowas von. Ich würde auf jeden Fall gerne gucken. Ich muss wahrscheinlich hier so ein Dodo oder irgendwas jagen. Irgendwas kleines. Auch wenn es mich angreift oder was weiß ich. Was ich besiegen kann. Damit ich vielleicht es schaffen kann. Und, ähm. Hä? Wir müssen es eigentlich umkippen. Egal. Oh, wir sind froh, das leuchten da oben. Sonne? Sonnenschein? Ne, ich brauche auf jeden Fall Leder. Für ein Bett. Das wäre cool. Könnte ich da aber mal neu respawnen. Oder ist das ein Loot-Drop? Da wird der roter Tote da hinten. Gute Frage. Ah, mein Dodo. Du hast kein Junges, ne? Du bist ein männliches Dodo. Kein Zeichen? Nö. Du musst dich also um nichts kümmern. Abgepflanzen. Das heißt, du darfst sterben. Sollen wir da gehen? Schaffen wir das, ohne zu sterben? Ohne drauf zu gehen? Übers Wasser? Geht das? Da haben wir einen Fisch. Ein Piranha in der Hünnsicht. Sehr gut. Das macht komische Geräusche. Und das sieht cool aus. Eigenartig. Cool. Was haben wir hier? Oh. Können wir alles gebrauchen, ne? Alles übertragen. Und ich bin übergewe- Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Wow. Okay, das ist cool. Beam mich oben. Hoch, Scotty. Äh. Ich kann mich nicht bewegen. Na, mal go. Puttach, puttach, puttach. Ich hab doch schon so viel Gewicht draufgepackt. Ich muss mich doch wenigstens ein bisschen- Ja, ein bisschen kann ich mich bewegen. Also auch wirklich nur ein bisschen. Ähm. Gut, 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 gut. Reicht das? Es reicht nicht. Dann essen wir noch was. Und es reicht immer noch nicht. Nein, ich hab nichts gegensingelt. Nein, hab ich nicht. Ich hab mich nur darüber vergewissert, dass er sich nicht um ein junges Tier kümmern muss. Sprich, ob er eine Partnerin hat oder ein Baby hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich ihn mit einem guten Gewissen umbringen. Mehr hab ich nicht gemacht. Also beschwär dich nicht. Ah, toll. Jetzt bin ich echt lahmarschig, ja? Nee. Warte mal. Ich hab doch eigentlich eine Fackel, ne? Jetzt gibt's nur irgendeinen Unterschied. Ja, die hat mir Schaden. Und? Hält länger. Toll. Toll. Dann nehm ich die. Und? Jetzt hab ich das. Wovor rennt zum Weg? Bitteschön. Ich hoffe doch nur vor den Lido. Toll. Jetzt. Bin ich viel zu lahm, aber langsam. Und ich krieg Damage. Oh. Oh. Äh. Aber ja. Und wie? Oh fuck. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich jetzt nicht hier versterben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ähm. Bitte was? Oh. Wie alt ist es denn? Minus drei Grad. Die Uhr. Zwei Uhr nachts. Oh oh. Ähm. Mach mir direkt was. Futtern, bitte. Oh oh. Resistent. Resistent, bitte. Mehr Resistenz. Wir schaffen das. Nein. 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 Es hat sich wieder abgestürzt. Es ist wieder abgestürzt. Es ist wieder abgestürzt. Was kriegt jetzt? Hm. Weißt du, komm, wo wir uns überleben. Spiel sagt mal ein. Mark und seine Kinderkrankheiten. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? kalt. Hm. Also mein Safe. Also umsonst alles gefuttert. Wieder mal. Hm. Mir ist kalt. Ja, ich weiß. Bitte in Resistenz. Haha. Also, Safen wird noch sehr, sehr häufig vorkommen. Haha. So, ich brauch aber, was hab ich gesagt? Äh, Fiber und Farber. Ach, und, ähm, was hab ich gesagt? Leder. Quinch. Quinch. Und jetzt ist das Dodo nicht da. Doch, da. Bist du? Musst du dich um was kümmern? Bei dir steht nichts drüber. Doch, da. Du bist ein männliches Dodo. Bist du das Dodo, was ich eh vorhin getötet hab? Das ist aber kein Baby. Doch, da ist ein Baby. Verdammt. Ich darf dich nicht töten. Das wär nicht gut. Warte mal, wenn ich dich vorhin getöt... Ups. Vielleicht wollte sie... Hat sich ja deswegen das Spiel verabschiedet. Ich hab einem Jungen hier seinen Vater genommen. Upsi. Hm, da war eben was, ne? Hm. Oh. Was ist das Diffenei? Ein, ein... Lüstro-Ei? Ihr legt Eier? Seit wann das? Oh. Ich dachte, ihr werdet immer Zäger. Und keine Eierleger. Ist das neu? Hm. Warte. Speichern. Hä? Ich glaub, das wird ein neuer Gag demnächst hier. Weichhaltig vergessen. Was? Achso. Pego. Pego-Mastax? Pego-Mastax? Oder was? Hi, Dino. Guten Tag. Und tschüss. Genau so wie zu meinem Speer. Oh. Der ist wirklich komplett hin. Ich brauche... Watt, warum kann ich denn mein... Dings? Pasern. Was macht denn hier komische Geräusche? Muss man nicht verstecken, ne? Hm. So. Hm. Für den Speer. Hörst schlagen? Oh, ich dachte. Ich seh's. Oh, bist du ein Listroser? Ne, nicht kein Listro. Pelagornis, ne? Ne, nicht... Ne, Pego-Mastax, oder? Oh, oh. Ne, Ich-Tio. Ich-Tio war's. Stimmt. Platsch, 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 Platsch. Was? Ist das ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Man sieht die leicht, wenn man... Ach, doch jetzt. Speichern. Jetzt habe ich, glaube ich... Ich hoffe, ich habe jetzt das ganze Leder, was ich brauche. Ja, habe ich. Nehme ich aber noch andere Ressourcen mit, ne? Biitsch. Aber ein bisschen Holz kann nicht starten, ne? So. Aber mehr mache ich nicht so. Bin ich nachher wieder übergewichtig. Oh, hier gibt's Nordlichter. Ah. Schön. Einfach nur schön. Ich kann wieder leveln. Ah. Einmal in Damage. Oh. Und Gewicht. Und was leveln wir denn jetzt? Was nehmen wir denn? Lederhut. Minus fünf? 250 plus null? Was? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ja. Was? Oh. So, ein Fuh haben wir. 1,38, das war ja vorhin eben ungefähr die Zeit, wo ich fast krepiert bin an der Kildung. Okay. Jetzt habe ich Leute, die der Schauer und so nicht, ne? Die ich eigentlich vorhin eigentlich gesammelt habe. Schade. Aber dann gehe ich aber jetzt hin. Oh! Das ist cool. Das snappt direkt an der Wand. Wie geil ist das? Er snappt direkt an der Wand. Platzieren wird so einfach, wenn das immer so snappt. Wie cool ist das denn? Warte, 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 warte. Schnellreisen-Item fallen lassen. Stammeln. Schnellreisen, abreißen. Aufheben. Umbenennen. Oder hat er jetzt automatisch als Spawnpunkt gemacht, daher dass er Singleplayer wild ist? Das würde mich auf jeden Fall nicht wundern. hinlegen. Komm, ich fackel mal hier alle satt. Das ist ja echt cool gemacht. Ja, ja. Mir ist kalt. Hab's verstanden. Ähm. Apropos kalt. Ups. Server-Hitch-Detector-TV. Was? Was ging so schnell? Was ging so schnell? Bitte was? Der hat sich schon wieder geschlossen? Warte mal. Was? Error-Detector-Error-Device-Remove-With-Reasons-Dxiny-Error-Device-Hung. Low-Level-Phatal-Error. Engine Source-Runtime, D3D, ehh... 12R-H-E Private. Warum hängst du vom Stürze denn die ganze Zeit ab? Muss man das verstehen? Game has crashed and will close. DX. DX. J.I. Error device hung. Naja. Attach the debugger now. Else press OK to continue. Heeeeh. Frustrierend. Dezent. Das wird auf jeden Fall noch des öftersten passieren. Dass hier, glaube ich, was abstürzt. Bitte was? Wo bin ich jetzt? Achso, ja. Stimmt. Dann. Nochmal wieder Holz mitbringen. Einmal ein Bett. Oder auch nicht. Was? Was hat denn jetzt? Achso. Oh. Ich bin da außerdem auf die Tasse gekommen. So. Das. Ein Bettchen. Dann brauche ich aber auch noch Flint. Ne. Ne. Um nochmal ein Lagerfeuer herzustellen. Hier los. Und konnte ja plötzlich da nicht weiterlaufen. Hm. Wenn das aber ehrlich gesagt noch zu oft abstürzt, würde ich ehrlich gesagt nicht allzu lange heute machen. Hm. Ich gucke jetzt mal, wie viele Euro haben wir. Wir haben jetzt aktuell, äh, halb acht. Halb acht. Halb acht. Ja. Gucken wir mal. Huch. Jetzt bin ich überladen hier. Ich bin da nicht aufgepasst. Ich brauche aber noch ein, ein Lagerfeuer. Das heißt, ich... Moment. Ich brauche ja sowieso noch ein paar... Oh, davon. Dann müsste ich eigentlich nicht mehr so schnell übergewichtig sein. Hm. Na, wie gesagt. Wenn es zu häufig mit denen abstürzen wird die ganze Zeit, dann werde ich auch, denke ich, dann auch, äh, danach auch relativ kurzzeitig den Feierab machen. Mal gucken. Okay, ich bin doch übergewichtig. Ähm. Gucke ich jetzt mal. Wann ich Feierab mache und, äh, wie lange ich mache. Wie gesagt, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie oft das Spiel mir jetzt hier doch noch ständig abstürzt. Beziehungsweise ich den, äh, Shooter-Crash-Error habe. Aus welchen Gründen auch immer. Und, ähm... Würde dann, sagen wir mal sagen, ich guck dann einfach mal. Dann würde ich wahrscheinlich, vielleicht, sehr wahrscheinlich schon morgen nochmal streamen. Dafür. Und, äh, muss dann einfach nur hoffen, dass, äh, der theoretisch gesehen, morgen dann auch nochmal, ähm... ...dass ich halt morgen nochmal streamen kann, dass ich vielleicht, äh, Glück habe und ein Update raus kann. Mal gucken. Erstmal schauen wir doch einfach mal hier. So, erstmal mehr Gewicht ein. Danke. Und schon müsste das wieder besser gehen. Genau. Habe ich jetzt doch da. So, einmal speichern. Dann speichere ich auch nochmal, wenn ich da vor Ort bin. Oh, cool. Soll ich jetzt ja schon grün. Warum? Endlich. Was auch geleuchtet wird? Hm. So. Ja, setze ich aber eben das Bettchen hin. Nochmal. Oder soll ich das jetzt so hinsetzen, oder? Hm. Ja, ich setze das so hin. Ich speichere jetzt nochmal ab. Mal besser nie. Welchen Grund... Okay, das ist cool. Disable Snapping. Ah. Man kann Snappen und das auch deaktivieren. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Aber der snappt weiter an der Wand. Das ist sehr cool gemacht für dich. Ähm. Dann lasse ich den hier hin. Hey. Ah. Ich announcements sind bei uns. росst